Schon 2017, wie ihr sehen könnt, kursierte diese Nachricht durch die Welt und ich glaube ganz ehrlich, es wird viel heißer gekocht, als es eigentlich ist. Russland brunt erneut mit einem Bitcoin-Verbot. Ja, welches Land hat denn mittlerweile nicht mit Bitcoin-Verbot gedroht? Im Endeffekt, egal wer mit Verbot droht oder es am Ende durchzieht, es ändert nichts an der Tatsache, dass langfristig der Preis nach oben geht. Aber das ist nur meine Meinung, keine Finanzberatung, natürlich wie immer. Worum geht es hier? Ihr seht hier den Artikel auf BTC Echo. Digitale Finanzanlagen, die unter russischer Gerichtbarkeit ausgegeben werden und digitale Rubel werden erlaubt sein. Die Notwendigkeit für ein Verbot ergibt sich also aus der Tatsache, dass Crypto-Verbot heute eine Quasi-Werbung sind, die den Rubel im Lande ersetzen sollen, wollen. Aber nur der russische Rubel erfüllt die Aufgabe der Werbungseinheit, deshalb wurde diese Entscheidung getroffen. Es soll dann zum 1. September des Jahres in Kraft treten. Ob das wirklich passieren wird, ist natürlich eine ganz andere Frage. Aber im Endeffekt, uns kann es echt egal sein, denn es hat meist nicht so viel Einfluss auf den Preis und Regierungen können sowieso Bitcoin nicht verbieten. Wie gesagt, ich glaube, ich muss lachen, weil ich mich hier mit dem Weihnachtspullover sehe. Ich glaube, das ist eher eine Fehlinterpretation, denn es geht Russland eher darum, die Position gegenüber dem Dollar zu stärken und nicht so sehr Kryptowährungen einzuschränken. Der gute Vladi hat ja selber schon in mehreren Interviews gezeigt, dass er nicht nur Kryptowährungen versteht, sondern dass er durchaus ein Sympathisant fand. Ja, und aktuell, die Matrix schickt sowieso seine Soldaten raus und eine der gottlosesten Sachen, die ich wirklich gesehen habe in letzter Zeit, ist, dass Leute Wetten abschließen, wie lange der Biden-CEO CZ in Hubs sein wird. Je länger er drin ist, desto höher ist die Gewinnchance. Also ich wäre echt mad as f***, wenn ich wüsste, dass ich in Hubs bin und draußen Leute Wetten abschließen, wie lange ich drin sein werde. Der Co-Founder vom Samurai Wallet wurde ja auch verhaftet, ist mittlerweile draußen. Nur eine Billion Dollar war die Kaution, die er bezahlen musste. Und die SEC greift ja auch juristisch aktuell Konsensus an mit dem weirden Vorwurf, dass die MetaMask Wallet, wie war das nochmal, eine Handelsplattform ist und nicht einfach nur eine Software, die interagiert. Also da sieht man mal, wie wenig Ahnung die tatsächlich haben von der Software, die wir nutzen. Aber langfristig sollte es nicht an institutionellen Kapital mangeln, denn der Hongkong ETF ist nun offiziell an den Start gegangen. Etwas Kapital aus Asien kommt rein, aber im Vergleich zum USA natürlich nicht so viel. Und da und an, da geht es auch eventuell in die nächste Runde, wenn es um den australischen Bitcoin ETF geht. Ihr dürft nicht vergessen, das habe ich jetzt mittlerweile fast in jedem Video gezeigt. Schaut mal, das ist aktuell die Marktkapitalisierung, je nachdem welches Kuchendiagramm man sich da gönnt. Sieht das natürlich anders aus. Das wäre die Marktkapitalisierung mit Hyper Bitcoinization. Also schon fast 600 Billionen, das ist schon echt eine absurde Zahl. Das ist natürlich komplett verpixelt. Aber ja, ihr könnt natürlich sehen, aktuell, wenn man sich anschaut, wie im globalen Vergleich Kryptowährungen und Bitcoin allgemein dastehen, da kann man echt noch sagen, wir sind am Anfang und freue dich darüber, dass du jetzt schon dabei bist. Ja und zum Schluss, bevor wir zum Gewinnspiel kommen. Ihr wisst ja alle, die unter meinem Video kommentieren haben die Chance, ein bisschen verzauberte Litecoin zu gewinnen. Dann zeige ich euch ein paar coole Videos, witzige und informative Sachen, die ich bei Instagram gefunden habe. Ich saß gestern Abend auf der Couch, konnte nicht schlafen und habe mich schlapp gelacht, aber erstmal mit, aber erstmal fangen wir mit etwas Informativen an. Um, cycle over? No, let us tell you why. Every cycle has four phases. First is the stealth phase, where projects are quietly building, but no one is really paying any attention. This is the moment where the smartest money enters. Second is the awareness phase. Previous crypto investors and their close circles start catching on to that new innovation. They start to buy and prices go up a little. Usually you'll also get some type of bear trap, that's where we are today. Third is the mania phase. Everyone, and we mean everyone, catches on. Even your taxi driver. Prices go crazy and nothing makes sense anymore. This is the beginning of the end. Last is the blow-off phase. The market corrects sharply and deletes many of the profits people made. Now you know where we are. Ja, und das passiert immer wieder. 0x100x. Coole Seite für informative Videos. Lustige Videos werden mir an laufenden Bann vorgeschlagen. Wie zum Beispiel dich hier. Was mit Meme-Coin ist passiert? Wenn Bitcoin fällt, wird können fällt denn alle Aste. Wenn kommen eins, das aktuelle, dann kippe ich es richtig ab, was Meme-Coin angeht. Meiner Meinung nach auf jeden Fall Casino-Chips. Also wenn ihr da gute Gewinne macht, dann raus da, was geht denn bei Helium ab? Muss ich mal wieder anschauen. Das ist ja sehr überraschend, dass der Weekly Winner hier Helium ist. Auf jeden Fall, wie ihr seht, ich bin sehr überrascht, nicht damit gerechnet. Schauen wir mal, wer der Gewinner ist. Mal wieder Slips Wave. Bin eh nicht deiner Meinung wie du. Ich denke, Altcoins sind alles Scam. BTC only. Okay, ich würde sagen, Altcoins kann man durchaus mal machen, wenn man ein bisschen riskanter machen will und etwas riskanteres machen will, nur um Gewinne mitzunehmen. Halte nichts von der technischen Analyse generell. Sorry, dass hier nicht der ganze Kommentar angezeigt wird, aber ja, technische Analyse hat definitiv auch seine Grenzen und ist nicht unbedingt alles 100% wissenschaftlich akkurat. In diesem Sinne natürlich, Leute, danke für die Aufmerksamkeit. Danke für alle Kommentare und alle, die neu dazugekommen sind. Wenn euch das Video gefällt, dann freue ich mich sehr über einen Like und abonniere den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Natürlich, wie immer, ist das alles Finanzberatung. Nein, es ist keine Finanzberatung, nur meine eigene Meinung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.